Und Taiwan heißt, andere politische Prioritäten zu setzen. Wir wollen, dass die Klimakrise konsequent und sozial gerecht in Angriff genommen wird. Und wir wollen, dass Rassismus und Rechtsterrorismus konsequent bekämpft werden. Unsere dringliche Antwort auf die Politik, Teile und Herrscher ist die Solidarität. Antirassistisch, sozial und feministisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017